Untertitelung des ZDF für funk, 2017 wird jetzt auf Herbst und Herbstgenüsse eingestellt und offeriert euch wieder beliebte Herbstgebäcke wie die Lebkuchenmischung, Pfeffernüsse und die Birrenwickli. Neu gibt es jetzt auch Haselnuss-Lebkuchen und Schocki-Lebkuchenherz. Alles, was das Herz begehrt also. Dass es selbst geworden ist, sehen wir aber auch im folgenden Spot, der jetzt im Fernsehen angelaufen ist. Es ist wieder Zeit, die Reifen zu wechseln. Kommen Sie jetzt den Pneuegger? Es ist also Zeit für die Winterpneue. Und die kaufen ihr das Jahr am besten bei Pneuegger, dem grössten Reifenfachhändler der Schweiz. Supercard-Inhaberinnen und Inhaber können bei Pneuegger nämlich ab sofort in allen 36 Filialen Punkte sammeln. Und das nicht nur bei den Pneuen, sondern auch beim Kauf von Felgen, Stossdämpfer, Auspüfe, Batterien und so weiter. Dank diesen Punkten kommen wir noch schneller zu eurer Wunschprämie aus dem grossen Supercard-Prämienkatalog. Bei mir im Studio begrüsse ich jetzt Gregor Hartmann. Er ist CEO von Pneuegger. Grüße, Herr Hartmann. Guten Abend, Frau Guttmann. Wir haben ja immer weniger Schnee. Wieso brauchen wir überhaupt noch Winterpneue? Der Winterreifen ist nicht nur dazu da, bei Schneebedeckter Fahrbahn zu fahren. Schon bereits bei Temperaturen um plus 7 Grad hat der Winterreifen viel die kürzere Bremsleistung. Laut Tests bis zu 20 Prozent. Pneue sind ja nicht gerade günstig. Und wenn ich alles doppelt anschaffen muss, dann geht mir das ganz schön ins Geld. Das ist nicht ganz so. In dem Moment, wo Sie mit den Winterpneuen fahren, schonen Sie Ihre Sommerreifen. Und gleichzeitig, wenn Sie einen Unfall haben und die Versicherungen Regress auf Sie nehmen oder die Polizei sie verzeigt, ist das wesentlich teurer, als den Reifenwechsel vorzunehmen. Und wann sollte man so einen Reifenwechsel machen? Wir empfehlen im Oktober, möglichst früh. Das hat den Effekt, dass Sie nicht lange warten müssen. Und das hat auch ebenfalls den positiven Effekt, dass wenn die anderen rumrutschen auf der Strasse, haben Sie bereits Ihre Winterreifen drauf. Winterreifen geben ja Sicherheit. Und wenn ich die jetzt montiert habe, dann kann ich eigentlich bei jeder Witterung Vollgas geben. Nein, das ist nicht so. Auch da heisst es, Geschwindigkeit angepasst in Verhältnissen. Und das ist ganz klar, bei Schneebedeckter Fahrbahn ist Vorsicht geboten. Der Winterreifen ist ein grosser Vorteil. Aber man muss auch da Geschwindigkeit anpassen. Danke vielmals, Herr Hartmann. Bitte. Für jeden Franken, den Sie bei Schneebedeckern einkaufen gehen, bekommen Sie jetzt auf Ihrem Konto einen Superpunkt Gutschreiben. Und das läppert sich ganz schön zusammen. Über 600 attraktive Treueprämien im Bereich Wohnen, Küche, Bad, Garten und Freizeit warten auf Ihre Bestellung. Alles über Supercard und Superprämien erfahrt Ihr im Internet. Dort findet Ihr auch die wöchentlichen Neuheiten von Coop. Lustige Rezepte und lohnende Aktionen zum Sparen. Wenn Ihr in Ihrem Voraus und vor den anderen informiert seid, bestellt einfach noch heute unsere verschiedenen Newsletter. Die werden Euch dann regelmässig per E-Mail hingeschickt. Wer seine Winterferien im Wallis geplant und 6000 Superpunkte auf dem Konto hat, der kann jetzt eine interessante Treueprämie bestellen. Mehr davon erfahrt Ihr bei uns in einer Woche. Bis dann. Schönen Abend und auf Wiedersehen miteinander. Und hier unsere Wochenendknaller. Superfrisch, supergünstig. 45% günstiger ist das Reins-Orderkot. 40% günstiger sind Max-Hamelar-Banane. Und 50% günstiger sind geräucherte Rippli von Coop Naturaplan. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. 50% günstiger ist das Reins-Orderkot.